So, heute ist der 19. November, 49. Battlefronts seit 9 Stunden und 15 Minuten on the line. Das heißt, ich möchte euch jetzt mal alles angucken hier. Äh, sammeln, was müssen wir zusammen? Freischtaltung, 13.287. Ich habe ja auch die Beta gespielt, das heißt, das wurde wohl übernommen. Surama, okay. Figur, Figur, was ist der Name? Ja, die Freischtaltung. So, Multiplayer. Ja, es gibt hier alles Gefecht. Die roten Trioden, hä? Druiden-Alarm, Mann. Äh, Feuerschaft. Jägerstaffel. Kampfläufer. Feuerschaft. Oh, jetzt noch mehr. Oh, hier. Fecht, Fracht, Abrufzone. Heldenlöse, Schurken, Heldenjagd. Na ja, Druiden-Alarm. Wie geht es also aus? Gehen wir mal wieder zurück. Sind wir an Missionen? Vorab spielen. Zehn Aufgaben für den ersten Tag. Okay. Season Pass habe ich, glaube ich, nicht. Nein, habe ich nicht. Es gibt also mehr Missionen mit Season Pass. Äh, vorab spielen. Zehn Aufgaben für den ersten Tag. Oh, wie gleich mal machen. War es für ein Tutorial, oder? Missionen. Was sind wir hier denn? Training, Schlacht, Überleben. Überleben. Können wir auch so Beta. Schlacht, Träte in einem Gefecht, Mann gegen Mann gegen einen Freund, oder die Karriere. Okay. Ja, gut. Hier, guck mal. Die ganzen Sachen steuern zum Trainieren. Okay. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Bin aufgeregt. Was mache ich denn? Oh ja, oh ja. Ähm, 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 Missionen. Ich will jetzt mal kurz Emoid player spielen. Und zwar... Ich fechne es alle gegen alle. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Fährherrschaft. Ich betreibe den Feind in einem nasenlosen... Nasenlosen Kampf von dem Planeten. Na, ich bin gerade so gut bestanden. Ich kann auch noch nicht reden. Dann. Ich nehme das mal. Wie die Server so laufen und so. Okay. Feuerschaft. Jund Landens. Setze alle erforderlichen Mittel ein, um den Feind zurückzudrängen. Obere seine Kontrollpunkte, während du deine eigenen verteidigst. Okay. Vielleicht auch in die Panzer gehen. So, was haben wir denn hier? Die Hände habe ich noch nicht ausgerüstet. Das ist schon schlecht. Freischaltung. Freischaltung. Summoner Credits. Indem du spielst, investierere Credits in Blaster, Sternenkarten und Anpassung. Ja, natürlich. Ah, ist auch nichts von der Beta übernommen worden. Oh. Das ist ja doof. Das war erstmal das Fall schwierig. Ich dachte, das hätte... Oder würde das von einem worden tun worden sein und so. Ja, dann kann ich erstmal nur so bleiben, wie ich bin jetzt. E-Mos gibt's auch. Okay. Ja. Ich mach' einfach mal los. Ich mach' einfach mal los. Okay. Ich mach' einfach mal los. oder bei der morgen übernachladen er sind uns ja immer hier die sachen wogh wogh d in die Welt kriegt. Okay, das ist das Schmied. Oder ein kleiner Gen-Pack. Okay, wo kann ich Granaten werfen? Verdammt, ich spiele so viele. Äh, ja, Granaten werfen. Hab ich noch nicht, oder was? Die Granaten. Wahrscheinlich auf G, ne? Äh, Spiele, was? Ne, ich hab noch gar nichts. Das ist klar. Okay. Das ist ein Sniper. Verdammt. Boom. Geil. Ja, erstmal einspielen, ne? Wir sind jetzt direkt aufgestanden hier. Wir haben jetzt ein Preload. Wir sind jetzt hinten rein, ne? Ich bin doch gar nicht da. Komm, wer jetzt. Oh, hier. Scheiße. Cool. Was ist denn die Kopfgeldjäger? Wie heißt der noch? Äh, Buba Fett, ne? Was ist der? Ja, ne? Zu... Da muss ich... Da muss ich... Da muss ich mir so... Nee. ... 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 Ja, gut, einmal falsch mausgelegt und schon wie hier auf dem Boden Scheiße Naja, aber kann man fliegen, aber... Oh, da kommt gerade mal ein Schreiber an Darth Vader? Oh mein Gott Ah, ich sehe gerade die Fausse ein bisschen hier an Was ist der Scheiße sonst? Wie klappt das Musik hier? Wo ist Darth Vader? Ich will auch Granaten haben Oh Wie sieht meine Stats aus? Na, geht ja noch, ne Das erste Mal spielen und vollkommen okay Aua, Aua Aha Ah 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 Das ist wirklich der dicke Panzer Oh nein, so ist es Oh nein, so ist es Natürlich nicht Ah Ah Nehmen wir da einen, nehmen wir da einen Ja, ist gut Das ist ein Böbelchen Das ist ein Böbelchen Das ist ein Böbelchen Das ist ein Planetenkugel Ein bisschen Eyenkugel Das ist ein Böbelchen Halt die Arten nach feindlichen Einheiten ab Das ist ein Böbelchen Wir besetzen den letzten Kontrollpunkt Achtet auf falsche Kumpenbewegungen Das ist ein Böbelchen 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 Oh mein Gott Das ist ein Böbelchen Das ist ein Böbelchen Das ist ein Böbelchen Zeit zu dir um Ich hoffe, das heißt Sieg Direkt ins Face, Junge Nein, direkt ins Face bei mich Scheiße Die haben schon alle hier diese Hand da Die haben mich schon irgendwie nicht besser gesagt Ich schluss ein Spiel ab 7,10 Geht ja noch Fürs erste Mal spielen 1214 Punkte Geht auch noch Ja Für die Rebellen Ich glaube, da mache ich bei mein eigenes Bild rein Okay, das sieht ja schon mal gut aus Oh Ich habe schon fast 3 Allein nur fast Allein nur fast Freisschaltung Aber geht ab Macht Spaß Bis jetzt Also in ein paar Minuten Naja Aber gibt auf jeden Fall viel viel mehr zu tun Und zu machen War schon mal super So Dann sieht's wie beim nächsten Bild Tschö Äh, scheiße, ich kann die auch noch nicht beenden Kacke Weil das scheiße hier Na-da-da-da-da-dododoodoodoodo Ric kid